Pop, ich war die ganze Zeit im Schrank weiß und dann geht Gamer nicht raus. Hey, ich konnte nicht rüber, ich konnte nicht rüber, ich hab Letters gedrückt. So, guck mal hier. GAMER! Hey, hey, hey und da und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight zusammen mit dem Lauri, dem Gamer und dem Klager gegen den Fox. Guten Abend meine Damen und Herren. Guten Abend meine Damen und Herren. Aber eigentlich ist doch gar nicht abends. Ach doch, ist, ist. Man nimmt den Ball ja immer nur abends auf, jetzt zum Beispiel auch 13.28 Uhr, boah, ist quasi nachts. Mitten in der Nacht, ne? Ja. Wir haben 1.29 Uhr, meine Freunde. Was? Fast glaube ich die erste Aufnahme, die wir mitten am Tag aufnehmen. Noch gar nicht, jetzt gleich. So, Vanilla Runde zuerst, wir haben ja vorletzte Folge eingeführt, dass wir Vanilla Runden machen. Das heißt, in einer Folge immer eine Runde mit Perks, eine Runde völlig ohne Perks und auch Vergaben. Zusätzlich dem Fox auch noch den Geist. Oh, das kann doch nicht sein. Das ist hart ohne Perks, weil grad bei Beis ist natürlich die Katze echt stark. Ich muss einhalten. Maus einhalten. Da drauf bleiben. Ich darf nicht vergessen, dass ich Maus rein nach unten benutzen muss zum Strugglen am Haken. Das ist ungelegentlich, weil ich das angenehmer finde, wenn ich dran denke. Weil ich dir trotzdem Space drück und ich würde deswegen immer Space sterben. Klick halten. Ist er irgendwie bei irgendwem? Er war grad bei mir. Er hat er dich auch verfolgt oder nur wirklich so in mir? Nö, 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 er war nur irgendwie anklugt hinter mir am Harsch. Der geht grad zu dem Generator der Angang. Der geht grad zu dem Generator der Angang. Der geht grad zu dem Generator der Angang. Wenn du rennst, das sieht er. Wenn er in der Nähe ist, der sieht das rote Streifen, so Spuren. Julian, bei mir ist ne untersuchbare Wand, ich komm da nicht durch. Wie gesagt, Fox war grad zum Generator der Angang. Der hat eben angegangen. Ich weiß. Und so gesagt hab. Ich hab nur kurz gesehen, ich war verpackt. Seid, sei nicht zu hart bitte. Der war dir oder was? Nee, die ist erste Runde. Achso. Ah. Äh, warte mal du. Du brauchst den Ton eigentlich. Du Felder! Nein, ich will das nicht. Das ist gruselig. Wie das gruselig. Aber du musst wissen, wann's Herz... Okay, ich sag dir, wann's Herzbrochen kommt. Nein! Was ist... Was ist... Ich kriegst dich dann jedes Mal in die Seite, wenn's Herzbrochen kommt. F***. Machst dann auch die Herztorflüsse? Das Herzbrochen ist, dass du mehr pikst. Also, es kann sein, dass er grad eben unsichtbar ist. Ja, ist ab! Ein paar Million Frauen. Hiiii! Oh! Wow! Wow, Gamer! Wow, Gamer! Danke! Wow! Danke, Gamer! Danke, Merkel! Hey, hi! Danke, Angela! Hey, da ist mir der Baum gewesen. Dreh dich um! Hey, dreht sich nicht mal um, schade. Hey! Wir werden unser Freund, der Baum. Oh, was denn Buschkacken? Mach mich doch nicht! Ja, mach mal, ne? Bitte? Packern! Packern! Überall wir schauen auf der ganzen Karte. Oh, dreh dich mal um! Da ist jemand grad hingefallen. Ups! Umgehellt! Gestolpert! Gestolpert! Ja, du musst dich helfen hier gegenseitig. Du hast doch sehr nah bei dir nen Haken. Ich hab immer das Gefühl, dass neben mir hier nen Haken ist. Ah, ich glaub, er hat mich gesehen! Ja, aber der stirbt dann nicht. Ja, aber der stirbt dann. Okay, er wurde untergehängt. Ja, heilig. Ja, heilig. Ne, heilig. Lecker, lecker, lecker. Da musste ich die ganze Zeit zulaufen. Der schleicht an sich, wenn der mal läuft. Der hat sich mal nen Scheiß-Generator, ey. Die hat sich mal nen Scheiß-Generator, ey. Gieß dich doch an! Wadda, wadda, wadda. Rennen! Ja, was passiert da? Du musst rennen! Was? Hä, wo kommst du denn jetzt her, Fox? Warum? Fox! Fox! Lass sowas! Unfair! Nicht gut! Lass das! Geh weg! Geh weg, Fox! Boah! Oh, nein, 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 falsche Richtung, falsche Richtung! Hä? Ich war drüber! Ich war drüber! Boah, so ein Lacker, ey. Ich bin auf seiner Schulter, ich bin auf seiner Schulter, ich zucke. Ich bin nicht das erste Mal Griller. Ich weiß, aber normalerweise, ich hab das so selten erlebt, dass er in letzter Zeit durch die Pellette gezogen hat. Ja, egal. Geht ein. Aua. Ach, Julian. Genau da war einer Fox, genau da. Er ist nicht in The Big House. Er ist nicht in The Big House. Okay. Lass uns zerfett aus. Das ist nicht Big King, oder was? Da kann dann immer was erscheinen, da musst du... Okay, mal gut auf Löff! Hey, das... Das siehst du eigentlich, Julia? Was? Das ist ein bisschen... Hey! Julia, was siehst du? Hä? Einen unsichtbaren Geist, der direkt vor mir steht und kämpft. Das hast du! Ah, das bist du! Er läuft ihm dagegen rum, aber es ist unsichtbar. Also, man kann mich anhucken, aber es ist... So bitte Zeitpunkt ist zurückge... Ah, das ist laufend wieder. Wollte grad sagen, warum... Warum fällt dir mein Tiger nicht... Steht in meiner Nähe? Steht in meiner Nähe? Steht in meiner Nähe? In deiner Stelle würde ich nicht in der Nähe bleiben. Warum nur nicht? Ich hab mich leicht beeilt, dass du nicht schocken musst. Fox? Oh! Jetzt! Was? Ach, in die Richtung! Nicht mich, Fox! Der andere! Ich hing doch schon! Der andere meh ich das unfair! Ich hing auch schon! Ja! Also du warst das so! Ich dachte, das wär... Ja! Nein, weiß ich bin Tarka! Ich dachte, das wär... Kann doch sein! Ist jetzt auch nicht völlig unrealistisch? Gut gemacht! Alter! Jetzt weg da! Laufen! Nicht kriechen! Laufen! Laufen! Da kannst du rennen! Normales Laufen! Ich würd nicht unbedingt rennen! Ich würd nicht unbedingt rennen! Ich würd nicht brauchen! Ich mach das neue Update! Selbstverständlich! Weil es updaten tut nicht! Ja, das ist glaub ich wieder unsichtbar! Ja, verdammt! Er ist unsichtbar! Ja, das ist unsichtbar! Das ist durchsichtig! Das ist ein Haken! Verdammt! Oh mein Gott! Ich würd da nicht... Ja, aber warte ich hier was zu finden! Die Situation grade ist echt nicht toll! Wenn's Herzschlag gäbe, hätt ich's Herzschlag! Wenn's Herzschlag gäbe, hätt ich's Herzschlag! Mit ner Waffe! Dann kurz... Der wird's geheilt! Alter! Ja, mit Quatsch! Frau sagt, okay! Ich kann vorne auftauchen! Oh, geil! Tschüss, Box! Er ist grad im Haus! Er ist grad im Haus! Solltest du ein bisschen weiter nach oben gucken? Ist er jetzt grad sichtbar oder unsichtbar? Äh, ich hab grad Herzklopfen gehabt! Hat er sich denn... Mein Herzklopfen hat durch ihn ihn verliegen! Bin ich sicher, ob er sich ganz geklopft hat oder nur ein bisschen? Er ist geklopft! Oh, ich schalte nicht! Ah, okay! Ja, das war echt der Eiwelle! Du kannst alle jetzt einen Heiter! Hey, Moment mal! Mal! Ich weiß nicht mehr, wie's rausgeht! War's hier auch grade, oder? Ja! Nee, das ist Tarka! 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 Umdrehen! Das ist in der Sache! Aus Entkommen, aus dem... Ne? Ne, dem musst du erst den Strom versorgen! Irgendwo! Das kann doch nicht sein! Nein, das reicht nicht mit dem Strom! Du brauchst mehr Strom! Ich sag mal, die Hitbox ist nicht so wie sie sein sollte! Mehr Strom kommt, Leute! Mehr Strom kommt! Hier kommt noch ein Haken! Ich häng gleich am Haken! Mehr Strom ist da! Guck mal um! Da liegt jemand am Rücken! Und dann laufe ich natürlich in den Keller! Ah, natürlich! Nein! Nicht so auf den Boden gucken, sondern weiter weg! Man sieht die, wenn die fallen! Guck mal nach rechts! Fallen kann's keine geben bei ihm! Ja! Bist du jetzt grad ernsthaft? Ich hab mich schon gewundert! Nein, wenn die ihm fallen, Gamer! Nicht, nicht fallen! Astro! Äh... Keine Ahnung, wo der... Kann sich eine Person zum Ausgang begeben vielleicht bald? Ja, mach ich gleich, wenn ich mal endlich von diesem Scherz hakenlos bin! Du bist scheißegal! Du musst dich umgucken! Das siehst du auch durch die Wände! Oh! Er steht hier! Das ist äh... Du suchst einen Typen, der hängt... Okay, jetzt hängt er nicht mehr! Oh! Nee! Oh, bin ich, Flo! Wenn du angeschlagen bist! Frennen wir nicht zum Ausgang, Gamer! Noch nicht! Ja! Ja! Frennen wir nicht angeschlagen! Jetzt findet er den Ausgang! Nein! Du musst da! Dahin! Sind wir noch hinter dir hervor... Nein, ist er nicht! Nicht geschlagen! Danke, Gamer, für diese Auskunft! Boah! Diese Leute, die sagen, dass die Kinder nicht mehr hinter ihn ist! Das wär ja auch gelogen! Da ist er! Oh, nein! Warum jetzt nicht? Irgendwie den Ausgang aufmachen, der war schon fast halb auf! Ja, der musste ihn öffnen! Aber renn weg! Tag an! Rückwärts! Tag an! Rückwärts! Ja, deswegen! Natürlich! Nein! Ach, verdammte Scheiße! Ich war jetzt ein Moolwalker, ne Julian? Rückwärts! Tschüss, Gamer! Viel Spaß in der Hölle! Hier ist der zweite Ausgang, weißt du das wer? Da, ja! Auf der Map! Was? Was? Corona erwartet! Ist er sichtbar oder unsichtbar? Gamer? Hä? Ist er sichtbar oder... Achso! Ist er sichtbar oder... Ich höre... Ich höre Herzklopfen! Julian, der muss sichtbar! Nein! Hat man nicht! Julian! Hat man nicht! Soll ich den jetzt endlich wieder hochnehmen? Nee, kein Bug! Nett man, was das spawnt dann und man die sehen muss? Ey, du hast mich nicht gesehen, Lux! Nein, du hast mich nicht gesehen! Du hast mich nicht gesehen! Du hast mich nicht gesehen! Ah! Shit! Ich wollte einen Haken schlagen! Kann irgendwie vielleicht bei den Ausgang aufmachen und wir locken ihn gerade weg? Doch nicht! Kannst du dann später gleich... Ey, Taka bleib dort! Bleib dort! Bleib dort! Wo bist du denn gerade, Gamer? Äh... Weg! Weg! Wow! Taka bleib dort, okay? Ich kenn Heine, tu mich! Ich versuch's! Äh... Open! Hoppen! Offen? Mhm! Oh! Nee, ich muss raus! Oh shit! Unser einziger Gehalter! Ja, wo bist du? Da ist der Keller! Ausgang! Lau, renn! Du musst rennen! Doch! Du darfst nicht, es geht gerade eben! Ach, verdammt! Ja, okay, okay! Dann halten wir uns erst und dann holen wir... Ja, ja, ja! Ähm... Bin extra nach oben gerannt, weißt du? Ich bin nicht da! Bleib da liegen! Ja, jetzt drück AD 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 abwechselnd! Fuck, war das gerade bei mir draußen! die Art der Art der Art der Art der Lüge von gefunden wir stehen er hat gesagt dass er die Regel wenn keiner stirbt und der letzte Machen es stimmt macht nicht doch nichts macht nicht sich aus der Welt machen es mit denen ich nicht nur den anderen so weit den ruhig Göttern aus ein Wort und die Kumpel in er kann dann ist aber auch gemacht er Da müssen wir, glaub ich, weißt du was, wo der andere ist, genau. Können wir da runter halten? Aber wir können auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall ist der bei einem anderen Tor. Auf jeden Fall. Wenn der Fox-Selecter kämpft, ne? Du kleine, kleine Bitch! Du kleine, kleine Bitch! Lass das, lass das! Du kleine Bitch! Du kleine Bitch! Du kleine Bitch! So, jetzt kannst du... Ja, hab ich doch! Renn! Raus, renn! Raus! Da weißt du, wo das Tor ist, oh mein Gott! Links! Warum rechts? Da! Äh, da! Ja, das ist doch ein Ding. Ja... Da raus! Ja, das ist schon noch. Julian, jetzt haben wir beide ein dickes, dickes Problem. Wenn du rausgehst, kann ich raus aus der Luke. Der war doch auch mit denen. Okay. Ich bin doch voller. Richtig. Ich sterben jetzt alle. Weil die mir geholfen haben und meine Schlossel, die du es behauptet haben. Kannst du mal? Ja, unglaublich. Bitte? Warte. Ich muss noch nichts mitnehmen. Nein, nichts mitnehmen. Renn jetzt! Ich bin jetzt auch aufgehängt. Ich bin jetzt beim Aufschrank. Renn! Ja, ich! Mach! Ich bin jetzt erst im Tor! Mach jetzt! Mach jetzt! Mach jetzt! Mach jetzt! Mach jetzt! Gamer! Und dann geht Gamer nicht raus! Ich... Hey! Ich konnte nicht rüber! Ich konnte nicht rüber! Ich hab Letters gedrückt! So, guck mal hier. Gamer! Ich konnte nicht raus! Warum nicht? Du musst ihn nicht runterlassen! Nein! Ich... Ich konnte gerade! Lass die Luke! Los! Entkommen endlich! Dankeschön! Boah ey! Ich konnte nicht mit Leertaste rüber gehen! Siehst du, wenn alle zusammenarbeiten... Ich war die ganze Zeit in diesem Schrank, äh, Fox. Ich war die ganze Zeit in diesem Schrank drin. Und ich hab dann gehört... Ich hab dann gehört, dass du in einen Schrank aufgemacht hast, ne? Dann musste ich aus dem anderen Schrank schnell raus! Unten rechts! Was? Unten rechts! Boah! I got to lovey! I got to lovey! Alter! Aber das ist ne Runde, ey! Die war mega nice! Ich mach jetzt aber nur einen Perk rein! Das ist ungefähr fair! Ja, ja! Wie gesagt! Ich hab jetzt auch nur... Anfangsperks! Nichts wirklich starkes! Du konntest ja gar nicht zocken, ne Runde! Hör dich! Ich hab dir geholfen! Hör dich! Hör dich! Darf ich Sabotage als einen einzigen Perk auswählen? Nein! Ach komm! Keinerlei Sabotage! Ich hab gesagt, keinerlei Sabotage! Auch nicht mit Werkzeugkisten? Ja! Ach komm! Ich hab die schlechteste Werkzeugkiste nehmen, aber nichts Gutes damit! Ich hab genau einen einzigen Perk, den ich habe. Also ich hab... Oder ich könnte natürlich auch noch das meinen, dass die Hooks im Keller stärker sind! Kannst du machen! Ja, das ist doch geil! Das ist doch sinnvoll! Ist doch schon sinnvoll! Ich hab kein Gott! Ich hab gesagt, erst nächsten Monat! Nein, und ich hab dir gesagt, morgen! Ich nehm nur den Perk mit! Darf ich auch ne Opfergabe für die Map nehmen? Das ist ja nicht so schlimm! Es ist ein... Ne, Opfergaben kannst du machen, das ist kein Problem! Einen Perk, oder was? Also ich bin da hin, die Map mag ich! Darf ich auch mehrere schwache nehmen? So was wie... Ich hab selber nur einen Perk! Ich hab selber nur... Einen einzigen Perk! Ich mach die Map! Einen einzigen Uncommon Perk! Ja, ich... Aber wenn ich sowas wie Bindung nehm, das bringt dir eh nicht! Ich möchte einfach nur die vier Perks ganz voll haben, weil's besser aussieht! Nehm Hoffnung! Nehm Hoffnung! Nehm Hoffnung! Nehm Hoffnung! Nehm Leichtgewicht und Hoffnung! Nehm Leichtgewicht und Hoffnung! Boah, ich hab nur einen Perk und nehm einfach vier! Ich hab zwei dann! Boah! 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 nicht so viel als Killer. Ja, nur, nur einen Perk oder was? Ja, ich sag ja nur. Kannst du dir selbst sagen, dass du einen haben willst? Ja, will ich ja nicht, ich find's langweilig. Wie geht's auch mit Item? Ich hab, ich hab jetzt, ich hab zwei Perks ausgewählt, dafür kein Item und sonst was. Ich hab einen Perk und nix. Aber ich hab zwei schwache Perks. Erschrocken, das war voll spannend. Ja, unter anderem hab ich Hoffnung, das ist, äh, ja. Boah, ich hätt's so super. Wtf habt ihr alles als Außerrinks? Ich hab den, ich hab den Knochen genommen. Ja, wie gesagt, das heißt, damit kann man sich besser Fluchtversuch, das macht eh keiner. Das ist völlig nutzlos. Aber es sieht cool aus. Man weiß nicht, wie viel Prozent ist das dann eigentlich, das würd mich interessieren. Keine Rücksicht mehr, Flo. Okay, keine Rücksicht mehr. Habt ihr gesehen, dass ich sie zweimal laufen lassen hab? Ja. Hm. Hab mich schon gewundert, warum. Oh, what the fuck, hier kann man spawnen? Hier kann man spawnen? Im Keller, ja. Nein. Ach, da, ja, ich seh's. Ja, kann. Nein, das mein ich nicht. Hier kann man spawnen, das wusste ich nicht. Hi! Alter, willst du mich komplett verarschen? Ich spawne? Weee, bam, 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 bam! Alter, das ist doch nicht normal! Das ist einfach keine Textur geladen. Fox, was ist denn los mit dir? Äh, ich hab ne Idee. Ja, bei mir ist das so eine Textur nicht gegangen und da ist eine unsichtbare Wand dann. Wahrscheinlich die Außengrenze. Was machst du? Nein. Okay, man muss sich merken, Fox ist ein Killer, der fokust kurz ein und dann lässt er von einem ab und du fokust den nächsten. Alter! Interessante Taktik. Fox. Okay, ich kenne eben sein scheiß Gesicht. Ich kenne dein Gesicht. Okay, ich weiß, der kann gut telefonieren. Was ist der Keller? Hä? Der Keller bei dir Taktik an? Der Keller ist im großen Haus in der Nähe, also im kleinen Metallhaus ist er nicht. Oh, okay, dann bringst Fox einfach Taktik an, ohne Grund nicht in den Keller. Nee, hab ich nicht. Hä, Fox, warum bringst du Taktik an nicht in den Keller? Weil der Keller nicht da ist. Hä? Er ist ja doch im Metallhaus. Was? Ich hab es geschafft! Ich hab es geschafft! Ja, ich weiß, hab ich auch immer und dann sagen alle, nee, das stimmt auch eigentlich gar nicht. Ich hab sowas von ihm geschafft, ey. Hab ich bei mir auch immer. Seht nicht. Der hat doch keine Ahnung. Ich hasse das. Wenn der Partei nicht so fixen, wie es so ist, dann... ... ist nicht so kaffe. Das ist das, wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Hi! Hiiii! Jürgen war's ja frei, ne? Nee, muss ich erst mal. Wir kommen erst mal fünfmal. Die Nurse ist echt schwer. Wer? Die Nurse. Ich bin das der schwerste Charakter. Du musst aber bei Fox gehen, ey. Der hat sich so teleportiert, wo ich hingehen kann. Boah, ey. Ich wollte jetzt herlaufen, wenn du Julian jagst. Verdammt! An der Kaffee-Shoppen. Da-da-da-da. Lala. Na, fuh. Egal. Ja. Öffne. Waaaaa! Boah, ich hab dich nur gesehen! Ich bin sogar oben geschaut! Oh, was mach ich denn da? Man hat's am Schrei gehört, Julian. Was? Man hat's am Schrei gehört. Und Jumpscare, ey. Ja, wobei, ich glaub, Zparkan hat den größten Jumpscare. bei durchgehendes herztoft neben bei fox gehört aber ich hatte keine ahnung wo er war fox hat glück beim teleportieren das glück ist ich hab glück beim teleportieren ich hab die habe ich die habe ich erstmal bei laurie gefühlt zwei stunden lang gespielt und danach habe ich jetzt selber gespielt ja ich weiß ich habe dich gerade gesehen gamer nein das meine ich nicht aber es bringt ja nichts wenn ich dich sehe und ich mich nicht zu dir hin teleportieren kann das meine ich halt wirklich nicht maaa jetzt habe ich keinen mehr warum ist hier ein haken kaputt ich mich irgendwann mal eigentlich einer heiligerweise einen werkzeugkoffer gefunden wenn man das findet das ist im keller oder wo er auch in den großen haus bin nämlich oben im haus gespawnt hast du bei beiden ich habe alle drei kisten jetzt schon durchsucht irgendetwas ich jetzt nehmen könnte darüber jetzt drin gut anscheinend nicht ich bin bei dem generator jetzt muss ich den generator finden an dem du dran bist oder was ich weiß nicht mehr aus welcher ist ich nicht hi gamer das ist nicht gamer scheiße hey julian du bist das auch mal weg hallo gamer tschüss Alle sind gerade an Generatoren, weißt du? Wie er in Richtung Laufen gelaufen ist, bin ich ihm einfach hinterher geraten. Da ist kein Haken. Rennen wir rum, Fox. Was ist jetzt aus Versehen? So, wir lassen jetzt Julian hängen. Das war aus Versehen. Hi. SOS! SOS! Was? Das war nämlich, ich weiß noch. SOS, Achnala. SOS, Achnala. Ja. Oh, hi. Nein, ich hab kein Glück. Nein. Oh, nö, das trägst ja schön. Warte. Ah, brauchst du mal drunter. Oh, ich will schon wieder den Lässerste greifen. Geh weg, Echse. Ich bin tot, wenn du mich aufhängst. Nein, lass uns machen. Hörte ihn. Ja, da hängen alle noch nicht. Oh, doch. Ja, aber nicht so lange. Du mit dem, du mit dem Ding da. Jetzt lass es kaputt. Ja, ich mit meinem Ding halt. Der Generatorkunst vom Ausgang ist fast voll. Da, wo ich dran saß und dann getötet wurde. Na ja, ich glaub, die ganze Hälfte weiß ich genau wie voll der ist. Hi. Ich mag Fox Spielstil nicht. Was? Du machst mein Spielstil nicht? Ja! Spielstil? 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 Jetzt zum Ausgang! Ole! Du spielst halt kein Killer, mit dem ich jemals gespielt habe. Weißt du? Er macht das halt... Es ist jetzt kein schlechter Spielstil, das schlecht für den Killer wäre, aber es ist halt ein kurzer Spielstil, den ich schon nie gesehen habe. Der Hintergang. Ach dann. Ähm. Weil du spielst das Spiel halt so, dass du immer einen, äh, irgendeinen schlägst oder am Boden machst und dann gehst du direkt weg, egal, ob der... Du schlägst ihn und dann gehst du direkt zum nächsten. Sonst rächtst du halt nicht, wenn du einen Generator machst oder so. Tag hat sich das, das bringt ja keine Punkte, Tag ein, aber Tag macht's trotzdem. War schon bei 99 Prozent, von daher... Es trinkt nix, aber ich weiß. Was ist das? Einer ist zuhelfte offen. Oh. Hagen hat Probleme mit Tagern, geht zum anderen Ausgang. War da rechts. Rechts. Mach doch auf, Gamer! Hagen, 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 hagen. Renn, renn, Tagern, renn, Tagern! Hallo! Boah! Alter! War nicht knapp. Ich kann mir nicht mehr, achso, also wirklich. So, Gamer, jetzt viel Spaß nach dem, den Dunkel zu finden. Ah ja, stimmt! Hab ich vorher vergessen. Hä? Ne, warte, das stimmt nicht. Muss er nicht. Sobald einer stirbt, muss er die Dunkel nicht finden. Da war ich schon tot. Du weißt doch, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber du bist halt zuerst gestorben. Tja. Ja, aber so ist halt eigentlich noch die Luke. Muss er, muss er nicht. Ich hab halt ein bisschen Spaß gehabt. Ne, aber muss er nicht, weil, ähm, er muss nur die Luke finden. Ja, natürlich. Aber das ist, das ist scheiße. Du hast einen getötet? Also. Ja. Geh, Spaß doch. Du bist ficklich deswegen. Mann. So hätten wir auch ein bisschen. Oho. Sorry, aber das war nicht so schwierig. Was soll ich denn machen? Du konntest nicht geheilt werden, weil keiner meiner Nähe war die ganze Zeit. Entkommen. Gejagt 245 Punkte. Ja, ich seh halt. Nachdem ich einmal mich teleportiert hab und ich dich getroffen hab, sehe ich dich halt nicht mehr. Das ist doof, ey. Hast du welche Addons für die Nurse Cat drin? Was? Ich hab Addons für die Nurse Cat drin. Kannst du doch selber nachschauen. Nee, Addons sieht man nicht. Nee, Addons sieht man nicht. Hast du irgendwas mit mehr Teleportation? Nee. Ah, okay. Weil die find ich irgendwie doof. Weil man weniger Reichweite hat. Nee, ich hab nur zweimal Teleportation. Das schon. Gamer, entweder du haust jetzt ab, oder... Ich such die Luke. Ich weiß, wo die Luke ist. Kann ich einfach bei der Luke stehen, oder was? Theoretisch, darfst du. Das ist aber auch scheiße. Ach, ich komm doch schon raus. Er hat schon einen Clan entwickelt. Hast du ne Map, oder was? Nö. Ne Map hab ich... Ich kann nur strecken, damit wir mehr zu rennen haben. Ich kann ja sagen, dass die Luke außerhalb ist. Außerhalb der Map? Nein. Aber nicht in den Gebäuden drinnen, meine ich jetzt. Hm. Fühl ich mich jetzt ganz schön doof. Nur ein bisschen. Dass das Gebäude zählt. Äh... Ich bin da einfach nur ein bisschen... Ja, strecken ist so... So ein bisschen joggen hier. Ja, ich jogge durch die Gegend. Weil ich kann ihn eigentlich nicht mehr finden. Es geht nicht mehr. Ja doch, finden kannst du mich schon noch. Das muss aber dann wirklich lucky sein. Ne, weil Game hat ja seinen Unsichtbarkeitspöck drin. Sobald die Ausflugstoren mit Energie versorgt, ist er unsichtbar. Wie der Geist. Er wird so Geist. Hexperks. Das blöde ist auch, irgendeiner hat nen Nebel gemacht. Das war halt, ich glaub das war Lauri. Das war ich nicht. Kannst dir mal nachschauen, New Orleans, das war... Der Nebel, der hat halt richtig genervt. Hopp, Lauri. Ja, ich glaub das hat er vom letzten Mal noch drin gehabt, wie wir online gespielt haben. Komm ich ruhig an in der ersten Runde. Ich hätte dich auch getötet. Aber ich hätte mich da trotzdem einfach auf dem Tal liegen lassen. Wo drauf liegen lassen? Was? Auf der Doke. Achso. Ja... Ja, das ist mehr oder weniger in nem Gebäude, aber gleichzeitig ist es nicht in nem Gebäude. Ja, gut. Du hast recht gehabt, dass es außerhalb war. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch mal Zeit, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss,arten... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. DP Bis zum nächsten Mal.